Oh nein, Matthias, was tust du da? Ich verbrenne meine Werke. Aber Matthias, hast du dich denn gar nicht informiert? Wir haben doch kürzlich darüber geredet. Ich habe einige Stichworte zum Verwaltungsaufwand meines Nachlasses recherchiert. Diese ganzen steuerlichen und rechtlichen Fakten überfordern mich. Keine Sorge, Matthias. Es gibt bessere Wege, als deine Kunst zu vernichten. Du kannst zum Beispiel einen Rechtsträgern von einer Stiftung oder eines Vereins gründen, um deine Werke auf der Nachwelt zu zeigen. Aha. Und wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Eine Stiftung nutzt ihren Vermögenspool dauerhaft für Stiftungszwecke, wobei sich diese nur aus ihren Erträgen ergeben darf. Für die Stiftung wird ein Stadtkapital empfohlen und sie kann bereits ab einer Person tätig werden. Ein Verein braucht sieben Gründungsmitglieder, eine Satzung, einen langfristigen Plan, eine Betriebsphilosophie sowie treue Mitglieder. Im Gegensatz zu einer Stiftung muss sie keine Einkünfte erwirtschaften. Verstehe. Aber was ist, wenn beides für mich nicht in Frage kommt? Es gibt eine Menge unterschiedlicher Museen und Sammlungen, denen du einzelne Werke oder Werkgruppen als Schenkung weiterreichen kannst. Neben Institutionen kannst du ebenfalls Verwandte oder andere Personen beschenken oder deine Werke an eine öffentliche oder gemeinnützige Einrichtung übergeben. An gemeinnützige Institutionen können Schenkungen auch als Spende mit Zuwendungsbestätigung vollzogen werden. Schenkungen sind doch aber an Steuern gebunden, oder? Eine Schenkung kann steuerpflichtig werden, aber auch steuerliche Vorteile bringen. Dazu musst du Einkommensumsatz, Schenkungssteuer und Freibeträge beachten. Lass dich dazu noch einmal beraten. Wenn du dich für keine der drei Möglichkeiten entscheiden würdest, kann der Nachlass auch als Erbe verwaltet werden. Er geht automatisch auf deine gesetzlichen Erbenden oder einen in deinem Testament festgelegten Erbenden über. Einzelne Nachlassgegenstände kannst du beliebigen Personen vermachen. Solche Vermächtnisse werden in deinem Testament festgelegt. Die Vermächtnisnehmenden müssen es gegenüber den Erbenden aktiv einfördern. Die fälligen Steuern sind abhängig vom geschätzten Preis der Werke. Die Erbenden erhalten 70 Jahre das Urheberrecht und Verwertungsrechte für deine Werke und zwei Jahre, in denen sie deine Werke steuerfrei weiter verschenken können. Ohne einen Erbenden erhält der Staat deinen Nachlass. Matthias, du solltest dich unbedingt noch einmal genauer beraten lassen, um umfangreich informiert zu sein. Danke für deine Hilfe, Beate. Jetzt weiß ich, dass es bessere Optionen für mich gibt, als meine Werke zu verbrennen. Das war ein paar Minuten Moment für mich noch einmal